Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesen Donnerstag, dem 3. Juni 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1015 und heute trotz, je nach Kanton zumindest in der Schweiz, Feiertag eine neue Folge. Und zwar mit den folgenden Themen. Threema, Google Stadia, Windring, ich kläre das nachher, Samsung und Google TV. Ich beginne mit Threema und den Schweizer Messenger-Dienst möchte ich gratulieren, denn sie haben es geschafft. Und eigentlich gibt es nie viel Zahlen zum Messenger, ausser man ist Facebook und sagt, dass man 2 Milliarden Nutzer hat. Ja, Threema hat die 10 Millionen User-Marke geknackt. Wenn man so unbelegten Quellen Glauben schenken darf, ist das bei Signal 40 Millionen. Und das ist dann wiederum sehr, sehr eindrücklich, wenn man bedenkt, dass Signal kostenfrei ist und Threema kostenpflichtig. Zumindest darf man da, und ich sage es jetzt extra so, lächerliche 3 Schweizer Franken oder 3 Euro für einen sicheren und tollen Messenger ausgeben. Das haben jetzt über 10 Millionen Nutzer gemacht und somit könnt ihr euch ein bisschen zusammenrechnen, was der Dienst schon verdient hat. Und ja, würde sagen, nicht ganz so schlecht. Ich denke aber auch, dass die Entwicklung und die Betreibung etc., alles Mögliche, sehr, sehr, sehr viel Geld verschlinkt. Dann geht es weiter mit Stadia und da könnt ihr was zurückverdienen. Und zwar mehr als die 3 Franken, die ihr für Threema ausgeben müsstet. Übrigens, wer mit mir über Threema kommunizieren möchte, darf sich gerne bei mir melden. Nutze ich natürlich auch sehr gerne. Bei Google Stadia soll nächstens ein neues Empfehlungsprogramm starten oder ein erstes Empfehlungsprogramm. Was heisst das? Ihr könnt euren Freunden, Followern und was auch immer Menschen da draussen Google Stadia empfehlen. Ihr bekommt dann beim ersten Mal oder beim ersten Freunde oder Freund oder Bekannten, wo ihr eine Empfehlung aussprecht, einen Monat. Nee, stimmt nicht. Zuerst gibt es einen exklusiven Avatar, beim zweiten Freund gibt es den, wie war das? Nee, beim ersten war es einen Monat kostenlos Stadia, beim zweiten war es ein exklusiver Avatar und beim dritten gibt es 50% auf den nächsten Stadia Controller. Also könnt ihr quasi euch schon selber fast schon wieder bewerben oder wie auch immer. Ja, warum nicht? Sobald ich den Link dazu habe und falls jemand Interesse hat, gerne Feedback. Natürlich bekommt auch der Nutzer dieses Angebots was und zwar einen Monat kostenlos Pro obendrauf. Den gibt es ja sonst schon einen Monat zum Testen. Dann hat IKEA nun jetzt offiziell ein Produkt vorgestellt. Man hat es schon vor kurzem bei der FCC entdeckt. Das Ganze ist ein kleiner und günstiger Luftqualitätssensor. Findrickning oder wie man es auch immer ausspricht. Kostet etwas um die 10 Euro herum und kommt per Juli diesen Jahres in den Verkauf. Was kann das kleine Teilchen? Grün leuchten, orange leuchten oder rot leuchten? Je nachdem, wie die Luftqualität in dem Raum ist, wo er sich aufhält. Ich habe euch ja vor einigen Monaten, jetzt sind es glaube ich zwei schon her, den vernünftig vorgestellt und war der fast ein bisschen traurig, dass der gar nicht smart ist. Weil das wäre jetzt die perfekte Kombination gewesen. If das Teilchen orange oder rot, dann bitte das wie, ja, vernünftig anmachen. Wäre doch was. Aber das hat man in dem Fall nicht miteinander kombinieren wollen. Günstiger Einstieg, nehme ich doch mal an. Hoffe ich da auf Nachfolgemodelle. Dann hat Samsung sein smartes Monitorportfolio erweitert. Für all diejenigen, die es noch nicht mehr bekommen haben, Anfangsjahr schon hat Samsung neue Monitore auf den Markt gebracht. Im Juni, respektiv Juli, kommen neue Modelle auf den Markt. Und was können die, je nachdem zwischen 43 Zoll und 24, 27 oder 32 Zoll grossen Monitore? Ja, die können ganz viel. Zum einen haben sie eine TV-Funktion. Also Fernseher kann man darüber konsumieren, neben dem, dass man darauf arbeiten kann. Es hat einen Sprachassistenten integriert, natürlich Bixby. Er hat eine Fernbedienung. Er kann sich konnektivizieren, super deutsch wieder, Smartphone dranhalten und dann wird das Teil übertragt. Und es ist ein Entertainment Hub. Neben diesem komischen altmodischen Fernsehen gibt es natürlich auch Dinge wie Netflix, HBO, YouTube und so weiter und so fort. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Neuigkeit zu Google TV. Wer solche einen eigenen nennt, der darf sich freuen. Bald schon sollen die individualisierten Nutzerprofile kommen. So wie wir es auf der Apple TV schon haben, kann man dann auf einem solchen Gerät mehrere Nutzer mit individuell angepassten Screens haben. Wunderbar. Da dürfen wir sich doch da freuen, vor allem diejenigen, die Kinder haben, wo man das Ganze dann ein bisschen sauberer einrichten kann. Das war es mit den Neuigkeiten. Wenn ihr Lust habt, gerne in der nächsten Folge wieder. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.